Bleib raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey. Kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück an Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Hank, was machst du denn? Etwas, das ich schon längst hätte tun sollen. Hör zu. Denk ein paar Tage drüber nach. Lass dir Zeit. Ich hab genug darüber nachgedacht. Ich hab die Schnauze voll von dem Scheiß. Ich hält hier gar nichts mehr. Nicht der Fall. Nicht mein Partner. Ich gehöre hier nicht mehr her. Ich verstehe nicht mehr so nett, ich weiß, dass ich deine Schnauze gehöre sie zu machen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na los du, beweg dich mal!